Warte, 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 nein! Ich weiß, wo meine Eltern sind. In der... Wie heißt das noch? Dieses Becken... Quallenzelt? Korallenwelt. Korallenwelt! Korallenwelt? Ich weiß, wo das ist. Das ist das Becken direkt neben... Wen interessiert's? Vorsicht! Wenn du in das Korallenweltbecken willst, musst du nur durch die Rohre schwimmen. Durch die Rohre? Großartig! Durch die Rohre? Ja, zweimal links, dann geradeaus und schon bist du da. Das sind aber viele Richtungsangaben. Das... Hast du das alles, Hank, dass das alles... Äh, ja. Toll, dann los! Ich komm doch nicht mit. Ich pass da nicht durch. Das machst du mal hübsch allein. Ähm... Äh, das... Das... Äh, ich bin... Ich... Also, ich kann das nicht, weil ich... Also, Wegbeschreibungen sind nicht so mein Ding. Hol doch, wir haben einen Deal. Du willst deine Eltern finden? So kommst du zu ihnen. Jetzt gib mir die Marke. Aber, Hank, ich... Ich kann nicht alleine durchschwimmen. Ich... Ich vergesse immer, wo ich hin muss. Nicht mein Problem. Marke.